Kryptowährungen wie den Bitcoin kennt fast jeder. Auch den Preis für einen Bitcoin kennen die meisten von euch. Unbezahlbar würden die meisten jetzt sagen, aber dabei hat der Bitcoin auch mal ganz klein angefangen. Was also, wenn es jetzt nochmal die Chance geben würde, an einer Kryptowährung teilhaben zu können? Wir beschäftigen uns deshalb heute mal mit der kostenlosen Währung Pi. Hi und herzlich willkommen auch zu diesem Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle dafür. Wir behandeln heute mal das Thema Pi oder Pi als Kryptowährung. Denn es ist eigentlich ein ganz interessanter Aspekt, der hier angetreten ist. Dass es einfach eine Möglichkeit gibt, selbst Kryptowährung zu schürfen, die irgendwann halt mal viel Geld sein wird, könnte. Zu diesem Zweck schauen wir uns einfach mal ein bisschen an, was es ist, was es machen kann und die Vor- und Nachteile, um ein bisschen mal abzuwägen. Wir schauen uns deswegen mal an, was Pi ist, wie man es bekommen kann und ob es wirklich legit, also legal oder eben halt auch ohne, dass man da Angst haben muss, ist oder scam, also verarsche. Und das werden wir am Ende des Videos auf jeden Fall wissen. Wenn dir das Video gefällt, lass mir einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, das würde mich echt sehr freuen. Und ja, dann schauen wir uns mal an jetzt. Pi selber ist eine Kryptowährung, die ihr mit eurem eigenen Handy meinen könnt. Mit meinen wird gemeint, dass man eben halt das Ganze durch Anwerfen eines Buttons selbst erzeugen kann, beziehungsweise sich mit daran beteiligen kann. Und dann eben halt seine Pi, also sprich die Währung, gerecht verteilt aufs Handy bekommt. Der Launch Date oder das Launch Date, je nachdem, wie man es auslegen möchte, war der 14. März 2019, als das Projekt als Pi-Network dann quasi gestartet ist. Und diese App, die man sich dafür runterladen darf oder kann, habe ich mir auch mittlerweile runtergeladen gehabt. Die Anmeldung ist als solches eigentlich ganz einfach und selbsterklärend. Und man hat auch relativ schnell schon die ersten Züge raus, wie es funktioniert, wie man sich registriert, wie man dann eben halt hingeht, das Ganze anwirft. Und das Prozedere ist eigentlich wie folgt. Man hat 24 Stunden, nachdem man es einer angeworfen hat, das ist im Prinzip, wenn man die App geschaltet hat, ein Button, den man drückt. Und dann wählt es sich quasi, das Handy mehr oder weniger da eingibt, kurz die Rückmeldung, hey, der User hat das Ganze hier angeworfen. Und deswegen wird es dann eben halt so diesen Mining-Prozess, also zu Deutsch quasi abbauen. Also da steht jetzt keiner, der mit der Schaufelung oder mit der Mine irgendwo gegenschlägt. Aber eben halt, so hat man keinen Hardware-Aufwand, außer sein eigenes Smartphone. Aber, ey, wer hat denn in der jetzigen Zeit kein Smartphone? Und kann im Prinzip darin mit partizipieren. Das heißt, wir können mit wenig Aufwand, kann man theoretisch eine Währung oder kann man praktischerweise auch eine Währung generieren, die irgendwann mal was wert ist. Ja, ihr habt wirklich richtig gehört. Zur Zeit ist Pi nichts wert. Es ist momentan eine Fantasiewährung, sag ich mal, die allerdings ein paar Unterschiede aufweist zu dem Bitcoin. Bitcoin selber ist, wie jedermann mehr bekannt, eine riesengroße Währung. Das heißt, das ist ja quasi der Vorreiter. Jeder Mensch kennt Bitcoin. Bitcoin, oh, teuer, teuer, teuer mittlerweile. Hätte man damals mal, hätte man, hätte man, hätte man. Jetzt hat man die Möglichkeit aber mit diesem Pi, mit dieser Währung, von vorne anzufangen und mit einer der ersten dabei zu sein. Allerdings ist das Ganze auch ein wenig tricky. Pi soll gecappt sein. Gecappt bedeutet, dass es ein Limit geben soll an Pi-Coins, die dann eben halt erzeugt werden. Und wenn das erreicht ist, dann ist Schluss. Das heißt, ab dem Zeitpunkt ist es dann so ein bisschen, dass man halt dann hingehen kann. Man kann es dann handeln oder das ist eben halt der Plan. Dass es irgendwann halt auch wirklich als Wallet, also sprich in diese Kryptobörse eingeführt wird und dann halt auch eben gehandelt werden kann gegen Geld. Ob es eben halt wirklich dazu kommt, wird man erst sehen. Weil man kann jetzt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht absehen, wo die Reise hingehen wird in der Sparte. Es gibt aber einige Pro und Contra bei dem ganzen System, die ich euch jetzt auch mal erläutern werde. Das Pro und Contra bei Pi ist im Prinzip Pro. Es ist sehr leicht zu meinen. Man muss nicht viel Aufwand betreiben. Man lädt sich die App runter und alle 24 Stunden drückt man auf einen Knopf. Contra, es wird viel Daten gesammelt in der App. Das heißt, die Macher davon oder die eben halt diese App erzeugen oder eben halt zur Verfügung stellen, haben sämtliche Daten von euch, wissen immer ganz genau, wann ihr das anschmeißt und es ist auch noch mit Werbung versehen. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr diesen Prozess neu startet, erscheint eine Werbung. Und wie wir ja wissen, ist Werbung meistens immer das, wo man eben halt Geld verdient mit. Man will es natürlich jetzt den Machern nicht unterstellen, weil man es nicht pauschal sagen kann. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein großer Schritt, wo man eben halt denkt, okay, irgendwie muss das System ja funktionieren. Allerdings gibt es noch einen ganz anderen Punkt. Und zwar, das System selber ist darauf ausgelegt, sich zu halbieren. Das heißt, am Anfang konnte man viel Pi meinen in der Stunde, aber es gab immer sogenannte Halvings, also Halbierungen. Das heißt, man konnte am Anfang, sage ich mal, zwei Pi's oder Pi's pro Stunde meinen. Das kam dann die erste Halbierung. Dann konnte man nur noch einen Pi meinen. Danach 0,5. Danach 0,25. Das ist jetzt momentan bei 0,2, glaube ich, oder bei 0,15 angekommen. Man kann das Ganze erhöhen. Also es gibt Wege und Mittel, das Ganze zu erhöhen, indem man mehr Pioniere, so nennt man sich dann eben halt auch, in das System einlädt. Wenn man einmal drin ist, kann man mit seinem persönlichen Code mehrere Leute noch einladen, indem man den Code einfach weitergibt und die Leute registrieren sich dann über der App. Natürlich ist das so ein bisschen vergleichbar mit dem Schneeballsystem. Es ist auch eigentlich so darauf ausgelegt, aber man möchte eben halt, oder man hat damals einen Weg gesucht, möglichst viele Leute in dieses System reinzubekommen, um eben halt wirklich dann ein großes Netzverktor zeugen. Und wie bekommt man das am besten? Indem man Anreize macht. Und so ist eben halt das Ganze aufgebaut. So, jetzt sind wir auf jeden Fall nochmal auf einer Seite, die ich euch zeigen möchte. Und zwar ist das Capital.com. Hier ist ein bisschen was über den Pi aufgezeigt, vermerkt, wie man es nennen möchte. Ich meine, klar, vieles ändert sich in der Welt. Meine Mutter ist auch nicht mehr dieselbe, seit ich nicht mehr in der Nabelschnur hänge. Die hat sich auch verändert. Aber hier ist auf jeden Fall echt alles, was ihr so gerade von mir gehört habt, nochmal in Textform reingeschrieben. Ich poste das auf jeden Fall in die Kommentare. Deswegen kannst du auch gleich auf jeden Fall nochmal da reingucken. Ich finde die Seite auch sehr interessant, weil hier ein paar Aspekte aufgelistet sind. Wir gucken uns mal durch. Und zwar einerseits, klar, haben wir hier, wie gesagt, wir haben dann nochmal geguckt, wann das Ganze rausgekommen ist. Also 2019 hier ist es sozusagen der Pi Day am 14. März. Den gab es dieses Jahr auch im Prinzip dann schon wieder. Und auch im letzten Jahr. Da gab es dann immer so spezielle Aktionen im Prinzip. Und wir hatten dann jetzt damals im Juni 2019, also ein paar Monate nachdem es gelauncht war, hatten die 100.000 aktive Mitglieder. Das bedeutet halt eben, dass die wirklich hier schon in dieser zweiten Phase über 3,5 Millionen dann letztendlich hatten. Und momentan, wie wir jetzt hier gerade sehen, 14 Millionen User im März 2021. Das ist echt ein Brett. Und deswegen ist es auch wirklich an der Zeit, wenn man es machen möchte, sich zu überlegen, okay, ich schmeiße mich nochmal mit rein oder ich lasse es sein. Viel verpassen kann man im Prinzip schon. Aber man kann, man muss jetzt nicht sagen, irgendjemand heult oder so, wenn man es jetzt nicht mitgemacht hat. Das sollte man sowieso nicht, weil es gibt immer neue Chancen im Leben. Das wisst ihr auch. Und ich finde, das ist jetzt auch so eine Sache. Also ich selbst habe es mir auf jeden Fall auch angeguckt gehabt. Ich habe damals mal angefangen gehabt, vor ein paar Monaten, hatte das dann eine Zeit lang schleifen gelassen, hatte dann nicht immer einen Bock, jeden Tag da drauf zu drücken. Ich bin mittlerweile jetzt ungefähr bei 320 Coins angelangt und mache das trotzdem halt noch nebenbei jetzt einfach. Weil ich mir gedacht habe, okay, es kann nicht schaden, es ist ja kostenlos. Und auch wenn, naja, wenn da eben halt vieles hinterlegt ist und mit Werbung versehen ist, wer weiß es im Prinzip schon. So. Wie vorhin gesagt, das ist hier im Prinzip diese Halbierung von der Pi. Das heißt, man hat damals gestartet halt mit diesem 1,6 Pi, 0,8, 0,4, 0,2. Hier befinden wir uns momentan so ungefähr hier zwischen irgendwo. Also zwischen 0,2 und 0,1. Und es wird halt immer weiter runtergehen, wie gesagt, bis es halt nicht mehr möglich ist, das zu meinen. Und dann wollen die eben halt gucken, dass es eben halt auch nicht mehr möglich ist, neue Mitglieder dafür einzuladen, halt. Also diese Pioniere. Und eben halt dann ist der Handel irgendwann startet. Das ist aber wirklich erst hier, wenn Phase 3 launchen will. Also wenn Phase 3 kommt. Und selbst hier ist noch ganz unklar, ob es dieses Jahr sein wird. Deswegen, da haben wir noch keine wirkliche Meinung zu. Kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, den wir uns alle mal richtig, richtig anschauen müssen. Denn was ist das Ding wert? Wie gesagt, momentan ist das Ding nichts wert. Das liegt aber daran, dass es einfach momentan noch in der Mining-Phase auch ist. Aber um eben halt den Menschen an der Stange zu halten. Und es ist auch an der Börse wichtig, dass man eine Motivation hat, dass man dran bleibt. Gibt es sogenannte Vorhersagen. Und die Vorhersagen sind die ähnlich wie beim Wetter für den Pi-Coin. Ja, in diesem Chart hier relativ, ja, wie soll man sagen. Für eine Sache, die man einfach so andrücken kann pro Tag und die dann eben halt durchläuft, finde ich es eigentlich ganz cool. Weil man eben halt noch viele davon meinen kann. Und 2028 könnte sowas 3 Pennys oder 3 Cents, ja, Cent ist es ja, Dollar, Cent wohl gemeint, wert sein. Würde ich sagen, ist trotzdem halt eine coole Sache. Und wenn man das eben halt jetzt bekommt und nicht viel dafür machen muss, why not? Das ist so eine Sache. Why not? Jetzt schauen wir uns mal eben kurz an, ob Pi wirklich sicher ist oder eben halt nicht. Da gibt es diese Seite AI Multiply. Die habe ich mir nochmal durchgeguckt gehabt. Der Post ist auch relativ neu vom 23. April 2021. Und hier steht, ist PiNet über Scam providing no value to users? Possibly yes. Ich finde die Aussage ist auf jeden Fall, ja, eine Schlagzeile wert. Weil wie gesagt, das Teil ist ja momentan noch nichts wert. Und wie verdienen die Leute das? Also was verdienen die Leute da dran? Die Macher, die verdienen auf jeden Fall viel momentan. Denn die werden natürlich durch diejenigen, die Werbung schalten, finanzieren die Sicherheit. Und da verdienen die momentan mit Sicherheit auch eine goldene Nase. Aber es ist trotzdem halt eine Möglichkeit, halt daran zu partizipieren. Um eben halt diese Pi-Coins zu minen jetzt, wirklich jetzt. Und nicht immer halt, ja, auf der Strecke zu bleiben und nicht daran zu partizipieren. Und es gibt ja auch andere Networks noch. So weit, B-Network habe ich ja auch noch gerade hier gelesen. Ich habe mich jetzt für dieses Pi-Network auf jeden Fall entschieden. Und werde das auf jeden Fall auch jetzt durchziehen. Ich habe mich da übrigens bei meinen Facebook-Daten eingemeldet. Ich fand, das ist eine gute Möglichkeit. Denn irgendwann gibt es in dieser App die Möglichkeit KYC. Das heißt, know your customer. Know your customer heißt das genau. Und da muss man sich dann eben halt selbst legitimieren. Das heißt, wenn man sich eben halt so dann legitimiert und dann auch seine Nummer angibt, dann ist das auch gesaved. Also so erstellt ihr ihn quasi auch euren persönlichen Account, wenn irgendwann mal damit der Handel beginnt. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, den man nicht veranachrichtigen sollte. Denn wenn ihr euer Handy neu macht, dann ist nämlich alles weg. Dann müsst ihr euch nämlich erstmal wieder einloggen. Und die Daten sind halt irgendwo hinterlegt quasi. Die müsst ihr selbst quasi ranschaffen. Ja Leute, also ich kann es euch nicht sagen, ob ihr das machen solltet oder nicht. Das müsst ihr entscheiden. Ich hinterlasse euch auf jeden Fall mal gerne in den Kommentaren meinen Einladungscode. Den könnt ihr nutzen, um euch dann in diese App einladen zu lassen. Den könnt ihr eingeben. Das ist eben halt der Punkt daran. Und dann könnt ihr natürlich auch weitere Leute noch einladen. Und klar, über die Zeit hinweg kann man sich dann schön diese Pi aufbauen. Und wenn es irgendwann mal was wert sein sollte, wird man natürlich sehen, was man davon hat. Letztendlich ist es natürlich eine eigene Entscheidung, die ich jetzt nicht irgendwie befürworten kann. Es gibt genug Aspekte, die dafür sprechen. Es gibt genug Aspekte, die ein bisschen fragwürdig sind. Es ist einfach eine Kryptowährung. Aber man weiß einfach in dieser Welt momentan nicht, wo es in welche Richtung geht. Deswegen würde ich einfach sagen, solange es umsonst ist und man halt nicht mehr als seine Daten preisgibt. Und what the fuck. Seine Daten hat man sowieso schon über den Netzpreis gegeben. Man meldet sich irgendwo an und bestellt eine Waschmaschine. Und schon weiß der Klempner genau, was für Filme du dir ausleihst. Deswegen, ich probiere es einfach weiterhin aus. Lass es laufen. Und wir werden sehen, was daraus wird. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich wie gesagt sehr freuen, wenn du dann einen Daumen nach oben gibst. Das Video eben halt auch kommentierst mal soweit, was du davon hältst von der Kryptowährung. Ob du vielleicht auch schon investiert bist. Das kann ja auch sein. Gerne tauscht man sich dann mal die Meinungen aus, was man eben halt wirklich daran findet, um eben eine gute Basis zu finden soweit. Weil ich finde das Thema, wie gesagt, sehr interessant und werde da auf jeden Fall auch dranbleiben. Und euch regelmäßig dann mit Updates versorgen in Form von Kommentaren von mir unter diesem Video. Wenn ich meistens dann immer anpinnen, denke ich mal, irgendwie so wird das passieren. Und wenn dir die Inhalte gefallen vom Kanal, abonniert auch ruhig. Deshalb bleibt gesund und bis dann.